Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von The Witcher 3. Wollen wir nicht, was sie schreien? Nein, wollen wir nicht. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mich gerne mit Wesemir treffen, damit wir aus Weißgarten verschwinden können. Können ja jederzeit wieder zurück. Okay, Entschuldigung. Wesemir, ich wollte nur mal ein bisschen eskalieren. Ruck dich doch mal. Jennifer ist in Wysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Das gibt Ärger. Ja. Ich sehe gar keine Nilfgader. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns haushalten. Nur dieses eine Mal. Nö. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? So ist es nochmal im Leben. Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt. Dass du die Kaiserliche magst. Dass du Nilfgards Hure bist. Ich lasse das durchgehen, Litka. Ich weiß, du bist außer dir verleiht. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgards sei kein Ort für Aberglaube. Dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht. Hörst du mich, du Fotze? Ey. 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 Lass mich los. Okay. Das gibt Ärger. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück. Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehren. Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land wie einst den Elfen? Raus hier. Das gibt Ärger. Ihr ebenfalls nicht. Na, Jungs. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Warum? Nicht nach nach. Alles gut. Okay. Alles gut. Well, das ist eskalating. quickly. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht, Götter, erbarmt euch. Verschwindet. Und kommt nie wieder. Die haben doch angefangen. So viel zum Thema raushalten. Na los. Gehen wir. Die haben uns. Die haben mich doch angegriffen. Die Schwarzen. Die Schlägerei. Haben wir nicht angefangen. Jennifer. Jennifer. Hola, chica. Flieder und Stachelbären. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Hm. J-Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist. Und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Äh, ich hab doch gar kein Blut an mir. Tut mir leid. Ich hab nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so hab ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Ich mag einfach die Story. Wie denn sonst? Er hätte keine milfgardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen. Aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Äh, warum so eilig? Ich sitze seit sechs Monaten im Sattel. Ich hab dich zwei Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser M hier war M-Reis. Oder für die Vertrauterin, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Ich mag sie. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich hab es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auf mir gilt. Außerdem hab ich in Kermorhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Wesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Ja, schnell, aber dumm. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Er ist ganz schnell, aber ein bisschen dumm. Stufe 4, verfügbare Punkte 2. Tschüss, Wesemir. Wir sehen uns bald wieder. Kleine Frau auf dem großen Pferd. Das sieht so gut aus. Ich glaube, er ist ein bisschen rattig. Weißt du, ich hab neulich von dir gefahren. Ein schmutziger Traum, den ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Die wilde Jagd. Was war das? Was war das? Was war das? Doh, Gott. Du hast alles gelassen. Was war das? Da! Geht mal baden! Das stinkt! Knickknack! Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weisgar. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom milfgadischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Da hat jemand Spaß. Ich bin doch nicht sauber. Hm, das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seiner Kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem... Stuhl. Warum sagt der nicht Stuhl? Kledwin, bitte rasiere den Herrn. Koppletten einen Fingerbreit. Ich will aber nicht rasiert werden. Mir gefällt der Bart. Wie er da sitzt. Total eingeschüchtert. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Berthe als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse... Ist ja keine Läuse. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte. Und stillhalten. Gut, dass der Bart wieder nachwächst. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Gott, der sieht creepy aus, der Typ. Morbrand Voorhis, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort, unbekannt. Eltern, unbekannt. Alter, unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg Lavalette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten. Einem Aryan. Volltest hat befohlen, den Weg freizumachen. Der Junge stand im Weg. Den Erben der Lavalettes niederzumachen. Das hat dich nicht beeindruckt? Natürlich nicht. Was kann ein Baron einem Königsmörder schon bedeuten? Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotzam gefunden und dich von dort aus nach Bergen begeben. Die Frage ist, wie? Zu Fuß? Äh. Keine Ahnung. Ich bin mit Vernon Roche aus Flotzam entkommen. Das ist der Kommandant der blauen Reise. Ich glaube, das bezieht sich auf den zweiten Teil. Einanderlängsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist als Stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Lok Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemessen. Passiert. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an dir liegt. Und dass ich Leute rette, an denen ihr liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovied die Kontrolle über Kammer. Ich glaube, das bezieht sich auf Witcher 2. Mirfgard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte still sitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreibt das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Hm. Nun, diese Allianz ist unwiderruflich vorüber. Ich habe Leto in Lok Muin getötet. Davon hörten wir. Umso besser. Das hat unseren Agenten schwierige und schmutzige Arbeit erspart. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte. Zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast. Bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Ich finde das lustig. Es zieht sich alles zwar ein bisschen, aber ich finde das echt gut gemacht. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird viel mehr aus diesen Kleidungsstücken ausgehen. Ich würde sagen ganz... Schwarz? Schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich vereint... Ich nehme das ganz rechte. Er nehmt das da. Du brauchst den Weg, Juma. Ach, ich kann alle nehmen. Cool. Kann ich hier noch mehr klauen? Kleide sich an und sprich mit dem Kamera. Ist okay so für dich? Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Danke. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken. Das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Turn des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Nö. Falsch, falsch, falsch. Noch einmal. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Das kann man doch noch so machen. Falsch. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt von Nord und Süd. Falsch der Bewegungslegastheniker. Komme er mit mir. Ach, das war richtig. Kaiserliche Audienz. Alter, und geh voran, mein junger Freund. Was aber macht. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verraten. Eure Herzmagnifizienz. Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Das werden wir immer sehen. Moin. Moin, alte Socke. Verneigen. Nicht, ne, nicht verneigen. Verneigt mich von niemandem. Eure kaiserliche Majestät. Aerea ebto orde. Evelien, namien, wat gern, wawort. So viele Monate an Volltesthof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch, einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cirilla. Sie ist zurück. Das Bild, ey. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg her zitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Doch, das Bild, ey. Sie vertraut mir. Richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Okay. Es sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mehrer Ritt. Bring ihn zur Zauberin. Hm. Ich verneige mich vor niemandem. Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige entstanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Es ist nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Heerewa der Zweite, Prinz von Elanda. Wir sind ja in Eswein, Norwich, hier nicht nur für einen Bitsteller warten, sondern auch für den Enex. Ich habe euch ein Brotmeister geklaut. Oh, warte mal. Was ist denn jetzt? Er wird später noch zeitgleich spazierter. Er erzählt sich im TTI-A-Tit. Das ist ja cool. Im Herodric heiße Wampus, Lachia Ergabe, du bist wie Covado. Das kenne ich gar nicht. Verbesserter Sattel. Alter Brief lesen. Lieber Rodric de Vets, bitte fern mal, ich warte auf die Bestätigung von... Cool. Kannte ich gar nicht. Das kannte ich gar nicht. Ja, ist okay. Ist ja okay, wenn du dich hier nicht mit deinem Frack machst. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgrüder das Lagen. Was wird das Thema hier? In demirien landet das so nicht, womit das... Langweilig. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Augenblickliche Exzellenz. Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selbst. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In drei Auswertungen. Notfalls können wir ihm alles verkaufen. Botschafter von... Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Könnte ich mit dem sprechen? Ja. Wie gesagt, notfalls können wir das alles verkaufen. Geben wir aus dem Weg, Jungen. Sei so nett und störe bitte nicht. Ich bin der Hexer. Ich störe niemals. Hallo, Jennifer. Sollte es mal aussehen, wie ich ohne Tunika aussehe? Ja, könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte. Aber wir haben was zu tun. Warum, Chica? Wow, wow. Irgendwie bin ich... Alter! Ruck dich, Sascha. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Na ja, ein bisschen Ähnlichkeit hat sie. Sieh Anna an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Okay. Gut. Emilia sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wären, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Gerald, bevor es die wilde Jagd tut. Und noch so eine Begegnung kann ich nicht. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Zynismus. Steht ja nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen. Um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten. Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's. Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale. Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss? Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kehrtreude. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Oh, der Arme. Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Zeit zum Aufbruch, würde ich sagen. Ach, Mann. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Wählen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Varadre. Das ist er, dort drüben. Mach ich. Gerald, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir. Gesund und munter. Ich werde auf dich warten. So, wir sollen mit dem Botschafter noch reden. Aber vorher muss ich natürlich hier alles klauen. Geh mal, da waren nämlich ein paar Schema-Tappe dabei. Oh, cool. Ah. Nee, das lohnt sich nämlich, weil da die ganzen Schema da und die Manuskripte da sind. Es ist, äh, ich muss das machen. Es tut mir leid. Es ist sowas wie, 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 Hexer. Ehre. Gesetz. Botschafter Varadre, Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist. Ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite. Auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kett. Und Radovitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir erwarteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovitz sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovitz schickte weder Gesandte noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Ketwen an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Ketwener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovitz an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker Gegenüber. Was ist mit Kovir? Kovir legt Wert auf seine Neutralität. Genug um seine Armee und vor allem sein Geld keiner Seite zu leihen. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten und unvergleichliche Verluste. Radovitz zog sich über den Pontal zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser M. hier war M. Reis ein für allemal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen, von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der themerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Okay. Oder auch nicht. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovit ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Was gibt es Neues aufs Gellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Danke dir! Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Danke. Das ist aber nett. Ups, Entschuldigung. Kann ich auch was klauen? Wie ich von Jennifer? General, vielen Dank für die Geben, ich meine... Okay. Die Narbe ist gut verheilt. Ich habe noch ein rostiges Brotmesser von euch geklaut. Dann gehen wir mal unsere Sachen holen. Ich klaue euch lauter Brotmesser und ihr kriegt es nicht mit. So, gebe mir meine Klamotten wieder. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Bitte. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Düm, 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 düm. Ähm, mal klein mal umziehen hier. Düm, 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 düm. So. Sehen wir wieder gut aus. Amor wäre vorher auch gut aussahen. Quest abgeschlossen. Das ist aber eine Nebenquest. Wie gesagt, ich werde locker der Hauptkampagne folgen. Hm? Ach so. Nee. Aber wenn ich auf dem Weg Nebenmissionen sehe, werde ich die alle mitnehmen. Wollt ihr eine Art Fein? Ah ja. Bla, bla, bla. Reise nach Wählen. Schnell reisen. Äh, halten. Äh. Äh. Wie, wie reise ich denn nach Wählen? Zoomen. Zoomen. Ach so, da, Weltkarte. Da steht's ja. Ähm, bum. Ah, dann reisen wir doch mal gleich gleich hin. Geralt und Jennifer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexe erfuhr, dass ein einstiges Mündel Cirilla von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden. Auf kaiserlichem Befehl und auf Geheiß Yennifers. Ja, wenn der Kaiser das befehlt, werden wir das machen. Aber Leute, wir machen Feierabend. Das ist ein guter Moment, um, äh, ja, wie gesagt, Feierabend zu machen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben und morgen gibt es eine weitere Folge. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.